Die erste Sache, die ich gedacht habe, war, Hendrikia hat nicht verloren. Hendrikia hat gekämpft und gelebt und am Ende hat sie akzeptiert. Und das ist ein Unterschied. Sie hat nicht verloren. Wenn das Blut in deinen Nadern gefriert, weil dein Herz aufhört zu schlagen und du zu den Engeln fliegst, dann hab kein Angst und lass dich einfach tragen. Denn es gibt was nach dem Leben, du wirst schon sehen. Einmal sehen wir uns wieder. Einmal schau ich auch von oben zu. Auf meine alten Tage leg ich mich danken wieder und mach für alle Zeit meine Augen zu. Alles, was bleibt es dir in der Augen? Und schon langsam wird dir klar, dass nichts mehr ist, wie es war. Dann soll die Hoffnung auf ein Wiedersehen. Mir die Kraft in mein Herz schlaglegen, um weiter zu wählen. Einmal sehen wir uns wieder. Einmal schau ich auch von oben zu. Auf meine alten Tage leg ich mich dankend nieder und mach für alle Zeit meine Augen zu. Ein Licht soll dir leuchten, bis in die Ewigkeit, zur Erinnerung an deine Lebenszeit. Einmal sehen wir uns wieder. Einmal schau ich auch von oben zu. Auf meinen alten Tag leg ich mich dankend nieder und mach für alle Zeit meine Augen zu. Und mach für alle Zeit meine Augen zu. Es gibt Ereignisse im Leben, die kommen daher wie eine kleine Naturgewalt. Wirbeln alles durcheinander. Stellen alles auf den Kopf. Und plötzlich ist nichts mehr, wie es vorher war.